Die Europäer müssen im Grunde darauf bedacht sein, ihre Kräfte zu konzentrieren und nicht zu expandieren. Schon Rumänien und Bulgarien waren schon zu viel. Jetzt diese riesige Ukraine noch dazu, wäre völliger Unsinn. Und die amerikanische Staatssekretärin gesagt hat, fuck the EU, hat im Grunde einen vernünftigen Reflex entsprochen. Sowieso bitte, dass es für uns auch klingt. Die Russen sind ja in Sorge, dass das, was der Westen hier in der Ukraine macht, keine selbstlose Unterstützung einer Freiheitsbewegung ist, sondern in Wirklichkeit Teil einer Strategie der NATO, der USA, der EU, die Grenzen der NATO bis nach Georgien, bis in die Ukraine auszudehnen und am Ende Russland in die Knie zu zwingen. Ist da was dran an dieser Furcht der Russen? Da ist zweifelig was dran. Ich sage nicht, dass alle diese Meinung verzehnen. Es gibt auch in Washington hochintelligente Leute. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als sei man darauf aus, die Russen zurückzudrängen. Man spielt kalter Krieg auf einmal. Man redet von Sanktionen. Was für die Europäer völlig blödsinnig ist, wir würden mehr unter diesen Sanktionen leiden als die Russen. Es ist also wirklich ein Spiel im Gange, was ganz so grotesk ist. Und diese ständige Putin-Bashing, auch ein Steiner-Bashing, man schaut, gegen China käme auch so viel, gegen Iran. Was hat uns Iran getan? Die Europäer verschätzen sich völlig in ihrer Rolle. Sie sind keine Weltmacht. Wir haben in der Welt nichts mehr zu sagen.